1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich bin Dennis Kiere, ich bin 21 Jahre alt, bin hauptberuflich Tänzer und tanze schon seit elf Jahren ungefähr. Also ich bin Seem Refay, ich bin 26 Jahre alt, ich tanze seit circa sieben Jahren, Hip-Hop, professionell. Und ja, ich choreografiere in dem Projekt und ja, gehe auf die Kinder ein, versuche Hip-Hop rüberzubringen, aber auch unterschiedliche Facetten von Hip-Hop. Also nicht nur das, was man aus dem Fernsehen kennt, sondern auch das, was jetzt so sich entwickelt hat seit Jahren. Also in Hip-Hop geht es ja darum, peace, unity, love and having fun. Das heißt, egal wo du herkommst, egal welche Hintergründe du hast, du kommst an einen Ort für einen Grund. Das heißt, keiner wird irgendwie diskriminiert, jeder soll sich wohlfühlen und jeder soll sich so ausdrücken können, wie sie wollen halt, solange es im Positiven ist. Also im Rahmen der Workshops ist es uns wichtig, nicht nur den Leuten tanzen beizubringen, weil gerade Hip-Hop besteht ja nicht nur aus Tanzen, sondern wir haben ja Graffiti, wir haben DJing, wir haben Rap dabei. Und Hip-Hop ist unheimlich groß und weit ausgefächert und einfach alles irgendwie zusammenzubringen und das in einem Workshop zu verpacken. Was wir jetzt schon seit einer Woche im Kreativhaus machen, ist, mit den Kindern sehen wir zu, dass wir, wie gesagt, Wissen weitergeben. Wir gucken Filme mit denen, was natürlich mit Tanz zu tun hat, damit die eine Idee haben, wie das alles aussehen kann, wenn man sich da wirklich reinversetzt und wirklich auch übt, dann natürlich machen wir Choreos mit denen. Am Anfang der Projektwoche haben wir uns erst mal kennengelernt, das ist ganz wichtig, weil wir kannten die Jugendlichen nicht und auch gerade die kleinen Kids und die mussten uns kennenlernen, sich auf uns einstellen. Wir wollten auch erst mal wissen, wie weit sind die, haben die schon Tanzerfahrung, sind die schon mit Hip-Hop in Berührung gekommen oder gar nicht. Genau, das haben wir uns erst mal so angeschaut und auch ausprobiert, so mit Musik und ein bisschen Tanz und alles. Und es hat sich halt direkt herausgestellt, dass wir mit denen eigentlich in allem, was wir so vorhatten, gut arbeiten können. Und zwar, wir bauen mit denen Choreo für die Performance am Samstag, klappt super, auch mit allen, auch mit den Kleinen. Wir freestylen mit denen, was auch ein sehr wichtiger Punkt für Hip-Hop ist, finde ich. Ja, gehen auf die Musik ein, zeigen unterschiedliche Facetten, Basic-Schritte wie Two-Step, Technik, Koordination, alles drum und dran, das volle Paket. Und damit wollen wir auch weiterarbeiten, denke ich so, wenn wir das wöchentlich machen. Hi, mein Name ist Leo, alias Arrow. Ich bin Hip-Hop-Tänzer seit neun Jahren etwa. Und ja, ich wohne hier in Berlin. Ich bin Mariam, ich bin 20, aber ich denke, er ist 21 Jahre alt. Ich habe angefangen, mich für Breakdance zu interessieren, als ich mir Videos auf Instagram gesehen habe. Ich fand es einfach cool, die bewegen halt und so alles. Ja, dann habe ich mir erst mal Videos angeguckt, ja, wie man halt die Sachen macht und so. Ich habe es versucht zu Hause, hat leider nicht geklappt. Aber hier klappt es viel besser halt mit anderen Menschen und so. Man wird direkt motiviert, ja. Hip-Hop ist einfach, ich weiß nicht, es ist nichts, was man greifen kann. Aber trotzdem, was alle Menschen eingliedert, egal woher du kommst, egal ob du schwarz, ob du weiß, ob du gelb, ob du dick, dünn, groß, klein bist. Welche Sprache du sprichst, ob du überhaupt eine Sprache sprichst. Das ist für Hip-Hop egal. In Hip-Hop geht es darum, dass Leute zusammenkommen und etwas, was sie gemeinsam feiern, zusammen auszuleben. Für mich persönlich, wie meine Meinung ist, ist das Gefühl, wie du fühlst, wie du fühlst. Wenn du durch ein hartes Leben bist, wenn du durch die Struggle bist, kannst du das durch dein Tanzen erklären. Wenn du durch dein Low-Times bist, wenn du kein Geld hast, oder du versuchst auf deine Mutter oder sie helfen kannst, kannst du dich durch dein Tanzen bezeichnen. Jetzt gebe ich euch ein paar typische Steps aus verschiedenen Styles, zum Beispiel Hip-Hop ist das hier der Running Man. Okay, dann im Crump sind das hier Stumps und Jabs. Okay, im Locking ist das hier ein Lock. Okay. Und dann haben wir ein Popping, Pops. Genau. Und im Breaking, Top Rocks. In Light Feet, neueste Tanzart, ein Rev-Up. Und ein Harlem Shake. Das sind verschiedene Styles. Ein rechtsgefühl. Und dann sieht das aus. Das ist das eine Anwendung. Ein Gutes Blas. Das ist das anrufen. Und das ist das Makro. Und das ist das dope. Und das ist das K 분�ig. Und das ist kein Hammer. Ich hab mich einen Topf. Und das ist das Dramatische. Und das ist daselaure. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.